Heeeeya Willkommen zurück zu Freespace Awakenings zur nächsten Mission oder zum nächsten Flug Beim letzten Mal haben wir ja, wurden wir auf die City, die IO war versetzt deswegen sind wir jetzt hier an einem neuen Hauptmenü wieder eins, das wir schon aus Silent Reborn kennen diesmal natürlich auch wieder in der Vollversion, das heißt es gibt ein paar Animationen, wie zum Beispiel Leute, die sich da hier bewegen und salutieren und auch der uns, der uns hier anguckt und das müssen die Monitore so gehen an er guckt nun sich an nur die Monitore gehen an das gab es vielleicht vorher nicht ich weiß ehrlich sagen, ich hab nicht geguckt Damals haben wir bei Silent Reborn die Hauptmenüs in anderen Einfälle gehabt, nämlich erst waren wir erst hier und ging dann wieder auf die andere und ja jetzt machen wir erst ja, die andere und jetzt sind wir hier ja, weil jetzt mal haben wir die Mission ja, erfüllt, obwohl wir von der Station gerammt worden sind ja, wir wurden von der Station gerammt haben uns über alles überlebt durch den Bug zu kommen und ja, können wir weitermachen mit der nächsten Mission der ersten auf der auf der Iowa war und ja, deswegen würde ich sagen mal schauen, was uns jetzt hier erwartet ich glaube, es geht glaube ich gegen Hämmern glaube ich die hat uns ja, die verfolgt uns ja soweit wir wissen also mal schauen, ob das auch so ist also, los geht Ich würde mich willkommen willkommen alle Piloten zu der GTD, Iowa mein Name ist Admiral Jakob Global ich werde dein CO während du aufstehen obwohl das ist ein neues ship wir haben keine Zeit für ein Shakedown Cruise ich werde dir sagen über unsere Mission in ein paar Momenten ich bin sicher bei jetzt all of you haben ihr Quarters während du auf der Iowa ich hoffe, ihr findet sie mit dem in Toleranz während du auf der Iowa take die Zeit mit der GTF Herkule der und GTD Orion Destroyer The technical specifications can be found in the tech room Our first mission will not be an easy one Terran Command has given us the task of locating the PVD Hammer The Hammer is the flagship of the Hammer of Light and the home of the notorious Admiral Tolanus We are to track and capture this ship Intelligence believes that after the Hammer is captured the HOL resistance movement will collapse and eventually surrender we have to move quickly recent patrols have spotted the hammer moving toward the jump node to Sirius all pilots report to the briefing room on the double we have no time to lose Ja Wie es aussieht es geht doch gegen die Hammer anders als ich dachte offenbar sind wir diejenigen die den Hammer verfolgen nicht andersrum und wir wollen die jetzt ja kapern und der Hammer of Light offenbar vielleicht in den Schein in den Schlag versetzen damit es nicht zusammenbricht weil die Hammer ist wirklich das Flaggschiff der Hammer of Light und der Admiral Talanes scheint offenbar ja einer der Anführer zu sein dieser Gruppierung und ja das heißt das waren wir jetzt allemal ein für allemal beenden dieser Hammer of Light den Widerstand und dafür ja sagen wir jetzt so ein ja hat uns jetzt lieber kapern bevor er nach Sirius entkommen kann ja also würde ich mal sagen machen wir das bis wir sehen uns an wie das denn ablaufen soll also gehen wir mal ins Briefing wie uns befohlen wurde wurde we have tracked Admiral Talanes' flagship the PVD Hammer to this system we have a plan to capture this ship while the Iowa draws off the Hammer's fighter support by attacking a small H.O.L. Cargo Depot on the third moon of Alpha Centauri 2 Alpha, Gamma and Beta Wings will ambush the Hammer Beta Wing will disable the Hammer with Alpha and Gamma providing cover once the Hammer is disabled the GT Team Maria will dock with the Hammer and deposit a squad of Commandos to capture and repair the Hammer all fighters and ships will then depart from the area to assist the Iowa Alpha will remain to keep the area secure until the Iowa returns good luck pilot ja so sieht also aus wir sollen Beta dabei ja halt beschützen die Hammer Alarm zu legen also heißt die wollen die wahrscheinlich entwaffnen und wahrscheinlich Triebwerke deaktivieren ja wir sollen natürlich ja wie gesagt die beschützen die Bomber gegen Jäger gegen die Jägerverteidigung und ja sobald das erledigt ist wird die GT Team Maria eingeflogen die dann das Schiff übernehmen soll also mit Enter Truppen entsprechend das Schiff übernehmen wird die müssen wir natürlich auch beschützen keine Frage und dann sagen wir mal auf die Iowa ab halt warten bis sie ja bis sie halt diesen Angu abgeschossen hat der quasi alles ablenkt und damit wir dann dort nachher landen können ja ich will mal sagen ja das machen wir auch so wie gesagt wird gut was sehen wir hier vorgeschlagen ja Peral empfiehlt uns ähm ja dass wir die Ulysses fliegen ja ja ist vielleicht okay meine wir werden dort sicherlich auch ähm ja sowohl ja wir werden natürlich viele Jägerkämpfe haben müssen aber wahrscheinlich denke ich mal auch die Hammer verteidigen gegen Kamikatz Angriffe das vermute ich jetzt einfach mal weil die Hammer auf Leid ja wenn es schon gehalten kappert wird dann würden dann lieber sterben vorher wegen können wir sein dass wir und bisschen beeilen müssen bisschen schneller sein müssen und ja und wer weiß was da noch alles kommt keine Ahnung ah die der verlassen ja ist eine gute Wahl denke ich die Beta Beta bekommt die großen GTB Orsas ja große Bomber klare Sache sollen denke ich mal die Hammer ausschalten und wer weiß was da noch alles ist ein Kreuzer oder so möglich wirklich deswegen ja brauchen wir die wahrscheinlich auch interessant ist jetzt hier der Grafikfehler der uns ja schon lange begleitet ja ähm seit vielen vielen Versionen haben wir den schon ich weiß auch nicht genau wo der herkommt keine Ahnung manchmal habe ich das irgendwie nicht manchmal habe ich das schon jetzt habe ich den immer wieder ich weiß nicht woran das liegt keine Ahnung ist auch nicht so wichtig weil es nur hier passiert in diesem Bildschirm na gut aber USA ist auch okay ja haben wir keinen anderen Bomber in genügender Anzahl Gamma ja Herkules ja werden sicherlich auch Beta-Grünsatz unterstützen sind auch geeignet gegen Jäger zu kämpfen also ich denke ich mal ist auch eine gute Wahl ja falls da auch ein Kreuzer oder so kommt haben wir damit zwei Flügel gegen die man einsetzen kann also alles okay gut deswegen gehen wir gleich weiter zur Waffenbestöckung wir bekommen diesmal die Prometheus Canon und die Avenger ja kann man mit zufrieden sein finde ich okay ja ist okay man könnte natürlich zwar Prometheus nehmen aber das bringt es ja nicht deswegen können wir die so belassen ja als Raketen die Hornets 2 missile Puff ich war mal früher wirklich mal Fan davon aber auch im Laufe der das besser festgestellt die trifft gar nicht mehr die trifft gar nicht so gut ähm da bevorzuge ich tatsächlich den Nachfolger bei Free Space 2 ja da gibt es nämlich noch eine Nachfolger Version davon die ist viel besser aber die Hornet könnte man natürlich die könnte man natürlich nehmen so ist es jetzt nicht aber grundsätzlich muss ich sagen die trifft gar nicht so gut ähm ich weiß nicht ob das subjektiv ist oder wie früher einfach genauer war ja ja man hat ja im Laufe der Jahre auch entsprechend diese Zielerfassung und den und halt ja die Treffergenauigkeit von Raketen bisschen gebalanced kann ja sein dass die Hornet allgemein jetzt dem Nachfolger deutlich unterlegen ist einfach so weil es halt so ist naja ich weiß ich will noch nicht ähm ich nehme die Interceptor die trifft auf jeden Fall deutlich zuverlässiger also ist das so mein Gefühl sag ich mal so ob das jetzt so ist weiß ich nicht aber gefühlt habe ich damit eine höhere Trefferchance gut gehen wir mal weiter zur Beta die haben Prometheus Cannons man kann denen auch gar nichts anderes an die Hand geben also ja ist das offensichtlich hier ist übrigens der Gabby Fehler nicht wie ihr seht deswegen das nur hier in der Schiffsauswahl dieser Fehler weiß ich nicht warum dann haben wir hier die Skelette ähm ja klar die brauchen wir sowieso um das Triebwerk zu auszuschalten da haben wir noch Harbinger Bomben und Tsunamis ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung ob man die überhaupt braucht also bin ich nicht sicher ob man wirklich die Harbinger benötigt ähm war eigentlich aber das sind ja nicht zerstören denn wir sollen das Ding ja nur ein Alarm legen ähm haben wir noch eine Stiletto hier wir können natürlich nochmal um das Stiletto ausrüsten dann fünf Torpedos Bomben auf vier Bomben das sollte ja auch reichen um alles zu zerstören was da ist und wir sind ja auch noch da ne also die Harbinger lasse ich mal weg die schicke ich lieber los mit Stilettos weil wir sollen das Ding ja nur ausschalten und nicht zerstören also würde ich mal sagen Harbinger ist ein bisschen überdimensioniert für diese Mission habe ich das jetzt schon gemacht wenn nicht dann habe ich es jetzt gemacht ähm ja würde ich sagen so können wir losfliegen also laske her wie ist das denn Osaybis Bombe? was zur Halla warum Osaybis Bombe? haben die nichts anderes? kann ich mir gar nicht vorstellen das ist doch nie der Zerstörer mit hunderten und Jäger Staffeln ah da kommt noch mehr ah ja da kommt noch mehr wo muss ja ok aaaaaaah einmal die Jäger wegräumen weil die für unsere Bomben so gefährlicher sind wir werden von Bomben verfolgt fällt mir grad auf so dieser verrückte Bombe ey aber ich bin ein bisschen überlegen na 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 du kriegst mir nicht wieder reingeflogen das war ein bisschen zu konnte nicht mehr reagieren so ok 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 ich bin mir sicher wie ich dann eben beigetragen habe dass jetzt die Hülle gestärkt ist hab glaube ich getroffen meine Kollegin tut mir leid kann halt im Feuergefecht nochmal passieren ja super das war vielleicht meine Schuld ah der war zu schnell so ok engine engine so kommt noch mehr natürlich kommt noch mehr Jäger ja eine Beckerrund ja da ja Naja... Jawoll! Er ist reingeflogen, das war eben zu... Der war kein guter Pilot, der war nicht gut genug. Kann es wohl so gefährlich sein, mit Highspeed da irgendwie an so einem Ding dran zu fliegen. Habt ihr sobald hier... Habt ihr schon alle verbraten? Hier alle Skilettos? Man, ja, ja, mal rein. Die werden so stark beschädigt. Das, jetzt ist es interessant. Was kommt denn da? Die verschwenden keine Zeit? Die verschwenden keine Zeit? Was machen denn die Bomber? Die haben keine... Dann werden wir mal was dagegen tun, dass die Bomber viele kriegen. Peter zerstört! Ja... 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 Wisst... Ok... ... ich weiß ja nicht das zerstört! Erwischt! Okay, ihr habt euch alles abgetan. Für Aufmerksamkeit haben wir keine Jäger mehr. Ich habe irgendwann mal erwähnt, dass man die Spielzeit nichts mit der Realzeitverbindung bringen kann. Das merkt man wahrscheinlich auch gleich mit dieser Kommando-Operation, die nur ein paar Minuten dauern wird. Man muss bedenken, das ist eigentlich ein Schiff. 2 Kilometer lang ungefähr und 10.000 sind dort an Bord bis zu 10.000. Und die können ja von 2 Minuten die Schiffe erobern. Das ist wie unrealistisch. Genauso, dass die nur 3 Schaffeln haben. Ja, ein Jäger. Die Forschen sind alles viel länger dauert, stundenlang, so gefecht und so weiter. Das macht man natürlich nicht aus Gameplay-Gründen. Mit man halt stundenlang dieselben Missionen verbrät. Ist ja keine wirkliche Simulation in dem Sinne. Passt ja das Flugmodell auch gar nicht zu. Aber dasselbe mit der Geschwindigkeit ja auch. Das ist alles aus Gameplay-Gründen habe ich auch mal erwähnt. Glaub ich irgendwann mal. Dass die Missionen ja auch viel länger dauern. Solche Escort-Missionen stundenlang zum Spunkloten und so weiter. Durch den Sektor. Wie ich mir um die letzten Abschnitt zum Beispiel. Im Marktfall fliegt man ja viel länger. Habe ich ja auch, ich glaube ich mal gesagt. Ähm. Genauso ist das bei solchen Sachen mit Kabel-Operationen. Oder Gefechte gegen Großkampfschiffe. Die halt im Marktfall viel länger dauern würden. Weil da halt hunderte an Jägern involviert werden und so weiter. Das ist wie bei ja. Im Grunde wie bei Star Wars. Ja Star Wars Episode 6. Ja so müsste das immer aussehen in seinen Spielen. Aber das kann man nicht spielen. Ne. Deswegen macht man das nicht. Wobei es auch solche Art-Missionen gibt. Für Free Space 2. Teilweise auch aus Demonstrationszwecken. Um mal zu sehen was sie ändern kann und ähnliches. Aber auch um zu demonstrieren, dass man das nicht spielen könnte. Weil dann ist Überleben wirklich Zufall. Wenn da 100 Jäger auf einem Spiel dabei sind. Ja also. Massenflacht und ähnliches. Sind nicht sonderlich prickelnd was das angeht. Zu spielen. Deswegen ist alles hier ein bisschen immer komprimiert im Spiel. Kann man ja auch erzählen. In meinem Fanfiction Roman. Also in meinem Roman zum Free Space Universum. Ähm. Ja da ist natürlich auch immer ein bisschen immer. Da kann man das länger beschreiben. Solche Schlachten noch länger machen. Weil man sich das dann vorstellen kann. Ähm. Aber. Ja wie gesagt. Aus. Gameplay Gründen ist das nicht so. Gut. The hammer has been captured. It'll be two minutes before we can get under way. Oh. Das war eine kleine Minute die jetzt gebraucht haben. Jetzt diese. Schiff zu. Erobern. Mit einem. Elysium Transporter. Wobei. Freespace dort auch bisschen so geschickt ist. Und dort auch. Nicht sagt wie viele Leute da rein passen. Aber man kann ja sagen. Vielleicht sind 100 Marines dort oder so. Und die kämpfen hier gegen 10.000 Verdana. Gut. Da kämpft nicht jeder von. Sicherlich nicht. Aber. Allein die Masse. Ähm. Ja. Die werden sich sicherlich nicht alle ergeben. Im Machtfall würde sowas Stunden dauern. Gerade mit einem so einem. Äh. Ja. Mit einem so einem. Elysium Transporter. Vielleicht 100 Leute vielleicht reinpassen. Wenn überhaupt. Wenn die mal fünf. Wenn überhaupt so groß ist das Ding ja gar nicht. Ja. Wie groß mag das toll sein. Wir können das mal angucken. Also es ist nicht wirklich viel größer als ein Jäger. Ne. Also. Warten vielleicht zehn Leute rein. Zehn Soldaten. Und die kämpfen jetzt 10.000 Soldaten nieder. Ja. Das war nicht. Ja. Dann müssen wir eigentlich müssten halt mehrere von diesen Dingern kommen. Und dann würde das trotzdem noch eine Weile dauern. Schwere Kämpfe in dem Schiff. Weil halt jeder Meter müsste halt mühsam erobert werden. Ja. Wie gesagt. Das macht man aus Gameplay gründen einfach nicht. Man kann ja nicht so lange jetzt hier um das Schiff rum fliegen. Das macht ja keinen Sinn. Ne. Ja. Ja. Deswegen. Das habe ich aus Versehen. Das ist der Hammer. We've repaired the main engines and we'll be underway soon. Ja. Das Ausdruck schnell geht auch ein Witz. Ein Machfall müsste das viel länger dauern. Aber naja. Wie gesagt. Thema hatten wir eben. Das ist einfach so, dass das ein bisschen beschleunigt alles ist. Ja. Das Ding ist jetzt erobert und ab jetzt. Ja. So kann es gehen. Okay. Hey. In der Videobeschreibung habt ihr meistens immer... In der Videobeschreibung habt ihr in der Regel immer so ein... Ja, so ein eher realistischer Eindruck von dem Universum. Also, da gehe ich eher... In meinem Roman erzählt das ein bisschen aus realistischerer Sicht, dass wirklich stundenlang ins Gefecht war und so weiter. Das erzähl ich da eher. Wobei ich da in der Regel auf Zeitangaben meistens verzichte. Ähm... Auch der Vorstellung wegen... So, this is the pilot that has caused me so much trouble. Your doom is at hand, pilot. Was mit meinem Kollegen passiert? Okay, jetzt ist der Admiral persönlich, wo kommt der denn her? Oh, der hat ne deutlich bessere Russ. Ich verstehe. Ich fühle mich das wirklich, oh ja, die ist deutlich besser. Eine deutlich höhere Leistung. Das kann ich auch schneller vermute ich. Ja, der Admiral persönlich Kiste. Aber der macht uns keine Probleme. So. Kiel hat mir der Teller. So. Komm, ganz präsent. Ja. Ja, das meine ich von wegen, dass die KI ein bisschen, ja, dämlich ist, weil grundsätzlich macht sie grundsätzlich nur Probleme wegen ihrer Anzahl. Größen Teil. Im 1 gegen 1 hast du meistens immer einen Vorteil. Deswegen soll ja die KI auch irgendwie, entwickeln sie sich immer weiter. Weil man irgendwann halt solche Kämpfe niemand einfach kontrollieren könnte. Keine wirkliche kontrollieren, was ich mache. Beim letzten Mal bei Cardinal Speer, Vega war das, in der letzten Mission. Da hat man ja auch so ein Duell. Hat man ja auch so ein Duell. Hat die auch keine großen Probleme eigentlich. Den zumindest, äh nicht, äh nicht, äh nicht getötet zu werden. Aber lieber so. So treffen wir ein Problem. Aber... Ja. Okay. Der Einsatz ist nicht sonderlich schwierig. Ja gut, zumindest nicht, wenn man ein Jäger sitzt, der ein bisschen was kann. Und natürlich langsamer ist es natürlich wieder problematisch. Aber wir sind relativ schnell ein Jäger. Wir können uns immer gut hinter ihm hängen. Deswegen können wir ihn auch... Ja, diesen Kampf ziemlich einfach kontrollieren. Haut er ab. Jetzt haut er ab. Hätten wir ihn nicht erwischen können. Ah, und so langsam. Wenns überhaupt geht. Da hab ich drüber zurückgefunden. Ah, da hinten ist er. Da ist ja die Eierabah. Da ist er ja. Seinen Kollegen wurden getötet. Na, was für ein Reinfall. Good work, Pilot. You may return to base. Ah. Er hat geschirft, das zu überleben. Weil er hat auf einmal nicht das Problem, zu überleben in diesem Kampf. Nur ich rette jetzt zu wissen, das soll er das Problem eigentlich. Wenns überhaupt funktioniert. Das ist affirmativ, Sir. Du warst zwar davon, was hier passiert ist. Na, aber wir können zur Basis zurückkehren. Wir müssen eins rausspringen. Weil er auch mal erwähnt, dass die Mission einfach nur enden kann, wenn man rausspringt. Und das mit anderen Methoden glaube ich nur, es entweder geht, wenn man ja direkt zunächst ein bisschen weiter springt. Also ja, Anflussmissionen hat. Oder die erste mit Feedback 2 ging das ansonsten glaube ich. Oder erst mit Suska Project. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, würde man sagen, wir fliegen weg. Und. Ich hab sie in uns. Eigentlich landen wir nur da drauf, wenn man genau betrachtet. Ich hab sie in uns. Ich hab sie in uns. Ja, so sieht's aus. Wir haben den Hammer gekapert. Und damit vielleicht der Hammer vielleicht endgültig ein Ende bereitet. Ohne ihr Flaggschiff. Ja, können sie nicht weiter arbeiten. Vielleicht finden sie da noch ein neues. Aber. Wer weiß. Vielleicht war es auch der letzte Zerstörer, den wir haben. Weiß man hier nicht so genau. Deswegen. Ja. Kann sein. Dass sie keinen mehr haben. Das war vielleicht der letzte Zerstörer der Hammer auf Leid. Damit war es vielleicht mit der Rebellion. Ist es? Ja. Ist es okay? Ja. Talat hat uns eigentlich nicht bezwungen. Aber. Wir haben ihn auch nicht erledigen können. Aber. Naja. Es scheint vielleicht so in Ordnung gewesen zu sein. Es hat allerdings auch möglich zu töten. Allerdings hätte ich die. Kampagne richtig. Beobachtet habe. Also. Ich guck mir die meisten hier an. Auch wegen die Rangen und Karateen und so weiter. Ähm. Mal immer ein bisschen. Ich weiß die Story dann nicht. Aber dann weiß ich zumindest was immer mal los ist. Gibt's glaub ich ne Mission. Nur wenn man ihn jetzt hier nicht tötet. Deswegen gibt's auch ne zusätzliche Mission im Grunde. Dann kann man das ja auch so lassen. Ähm. Es scheint aber möglich zu sein ihn direkt zu töten. War ja ein bisschen zu langsam. Hat man ja wirklich ein bisschen schneller machen müssen. Okay. Aber. Er hat nur überlebt. Aber. Ich glaub. Ich glaub. Man kann ihm noch bezwingen. Man wird ihn glaub ich noch ein zweites Mal mit ner Zusatzmission. Wann ihr habt die direkt beim nächsten Mal kommt. Oder später. Weiß ich nicht. Ähm. Das werden ihr noch auf jeden Fall sehen. Ja. Mit der Hammer aus dem Weg. Ja. Geht's jetzt wohl. Genie Shimano eventuell weiter. Aber. Bevor wir wissen was zu tun. Bleiben wir noch im System. Und ja. Können die Statistiken angucken. Wir haben 13 Abschüsse. Und 3 SIS. Ja. Waren also bei. Manchen beteiligt. Die meisten haben wir natürlich wieder selbst erledigt. Ja. Was haben wir zerstört. 3 SIS. 7 Horus. 2 SOS. Und 1 Nocibus. Ja. Okay. Ein Bombenmanoir. Ja. Ich glaub da haben wir auch den Ulysses halt äh. Stark beschädigt. Von unserer Flügelpilotin. Ähm. Weil der war ja da. Ne. Aber. Wir haben es trotzdem geschafft. Diesen noch zu stören. Und. Na Gott. Haben. Wieder was für unser Konto getan. Die Mission abgeschlossen. Und ja. Teilchen und Datenbanken muss ich nicht gehen. Ähm. Die Einträge glaub ich sind noch dieselben. Wie aus dem Hauptspiel. Die kennen wir also schon. Was uns ja am Anfang der Mission gesagt wurde. Wenn man sich vertraut machen sollte. Mit Ulysses. Den Herkules. Und der Orion. Aber. Kennen wir schon. Wegen. Könntet ihr das im. The Great War. Let's Play. Nachlesen. Und nachhören. Und ja. Das war's da mit dieser Mission. Ich glaub ihr hattet euch Spaß daran. Denkt mir immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Youtuber. Ich bin dran. Und riesig.